Arbeite genialer statt fleißiger, weil du dein volles Potenzial ausschöpfst. Lebe zielgerichtet und noch leichter, weil du dich besser begreifst. Ich bin Otro Torno, Kairos-Coach. Seit fast 30 Jahren entwickeln Menschen unter meiner Begleitung ihre Persönlichkeit, indem sie durch Selbstführung ihr Leben aktiv und selbstbestimmt gestalten. Und das in allen Lebensphasen. Meine Vision ist, dass in fünf Jahren persönliche Weiterentwicklung genauso selbstverständlich ist, wie das Erlernen einer Sprache. Mutig, menschlich, markant. Du bist neugierig? Dann klick unten auf den Button und buch dein unverbindliches Erstgespräch.